ja hallo heute ein kurzes video ohne technik nur ein bisschen bla bla und das ist das letzte video keine panik das letzte video in diesem jahr und es war ein gutes jahr für uns und für uns in der werkstatt hier und auch auf youtube es sind viele neue abonnenten dazu gekommen vielen dank nochmal hierfür und danke dass ihr geklickt habt und ich habe das erste mal von einem von euch eine weihnachtskarte bekommen das erste mal dass ich sowas bekommen habe wie fanpost und ja du hast eine frage gestellt sie und ich kann sie ganz kurz hier auf dem wege beantworten deine frage nach dem was ich weiß ist das so vielleicht gibt es ausnahmen von dieser regelung aber ja wie sagt nach meinem wissen ja und ich möchte euch noch mal sagen ich kann leider nicht jede einzelne frage beantworten es tut mir sehr leid es kommen wirklich sehr sehr viele fragen über e mail und telefon und ich weiß nicht was und ich kann nicht jede einzelne frage beantworten das funktioniert nicht dafür hat der tag einfach zu wenig stunden und jetzt ein kurzer ausblick in das neue jahr möglicherweise werden die videos nicht mehr jeden sonntag kommen weil ich habe festgestellt sie entsprechen nicht so dem was ich mir vorstelle sie sollen eigentlich ein bisschen besser werden und wenn ihr seht wie sich dieser kanal entwickelt hat von dem ersten video bis jetzt dann könnt ihr schon erkennen dass die videos sich verändert haben und dummerweise machen sie aber auch mehr arbeit und ich bin nun mal hier eine one man show hier auf dem kanal das heißt ich bin halt nicht wie die autodoktorin die haben ein ganzes team ein kameramann und ein cutter und ich weiß nicht was alles und die müssen einfach nur erzählen was sie erzählen wollen und alles andere läuft im hintergrund und das ist bei mir eben nicht der fall und vielleicht mache ich euch mal ein video in dem ich euch zeige wie so ein video entsteht und damit könntet ihr euch dann mal vorstellen was es für eine arbeit macht so ein video zu erstellen nichtsdestotrotz möchte ich aber gerne weitermachen damit und freue mich auch auf die neuen videos wie dem auch sei das jahr geht dem ende zu und es bleibt mir nicht mehr viel zu sagen als ich wünsche euch wunderbare weihnachtsfeiertage bleibt gesund einen guten start ins neue jahr und vielleicht wenn wir ein bisschen glück haben wird das nächste jahr nicht ganz so schäbig wie dieses jahr vielleicht können wir auch irgendwann wieder ganz normal in urlaub fahren und ganz normal wieder auf irgendwelche konzerte gehen ich hoffe einfach dass es so ist und ansonsten vielen dank fürs gucken macht's gut bis bald und wir sehen uns im nächsten jahr tschüss